Für die Takelage der Peking ist ein internationales Tagler-Team zuständig. Sie sind auch die Spezialisten für den Bau, das Aufstellen und Verspannen der Segelmassen. Die Masten werden mit Mastkeilen aus Douglasienholz eingefasst. Dafür werden die Keile an die Neigung und Rundung angepasst. Das ist Millimeterarbeit. Jeder Mastkeil wird einzeln vermessen und individuell zugeschnitten. Die Keile werden geölt und mit einem Mastkragen aus genähtem Segeltuch wird die Wasserdichtigkeit hergestellt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017